So, jetzt kommt der Festwagen des Senates vom Wachen hier. Wachen blieb, Wachen. Dreifach, Wachen! Hallo! Wachen! Hallo! Senat! Hallo! Und wir haben den nächsten Festwagen, Jecken im Dreieck, mit zwölf Personen vertreten hier. Lassen wir uns auch noch näher kommen. Ja, hier geht's um das Mutti-Wagen des Schützenhauses, was halt auch schon mal öfters leer stand. Man sucht ja immer wieder neue Pächter und hofft, dass man ja doch irgendwie ein Pächter lange bleibt, damit man auch was machen kann. Auf die Jecken vom Dreieck. Ein Dreifach, Wachen! Sprechen! Wachen! So, jetzt kommen wir zur nächsten Gruppe, das sind Straßenmusikanten, MEDA nennt sich das halt. Jetzt kommen wir weiter zu den Klemmenbotsen, der erstmal in der Package waren, da lassen wir uns immer noch schön. Wir haben dann das Trümmelchen geht, der schon bald verraten und mit und weiter geht's für uns. Ja, hier kommen wir noch rein. Wir haben wirklich Grünling, wie Sie sehen. Sind das nicht schöne Pflänzchen? Auf die Klappe! Ein Dreifach, Wachen! Wachen! Sprechen! Ja, und jetzt kommen wir zu einer Tanzgruppe, den Rheinerpferden, die auch eine lange Session hatten mit ihren Tänzern, was sie zeigten. Denn es war eine lange Session, wo es viele Auftritte gab. Man konnte so manchen Auftritt auch wirklich wahrnehmen. Man musste nicht drängeln oder sagen, kann ich nicht hin. Diese Session war sehr lange, dieses Jahr im Karneval. Was halt wahrscheinlich im nächsten Jahr nicht so. Auf die Rheinerpferden! Dreifach! Sprechen! Wachen! 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 Vielen Dank. Vielen Dank.